Also bei Harry Potter, hier fantastische TV, dann willst du einfach dabei sein. Ich nehme dann, hab ein Band damals losgeschickt und dann riefen die sofort an, sagten, hier, David Yates, der hat, glaube ich, die letzten fünf Harry Potter Filme auch inszeniert und die drei Fantastic Beasts, der ruft dann an, gleich, warte, ich hab abgeschickt, zwei Tage später rief er an, sagte, Oliver, you will be fantastic. Die schmieren dir auch einen Honig um den Bart, ja, wie die Engländer, so herrlich, ich wurde da zum, ich glaube, zum freundlicheren Menschen, weil die alle so freundlich waren, allein deswegen, halbes Jahr dann da gearbeitet, das war, das war großartig.